Ja, hallo ihr Lieben, mein Name ist Tim Fischer. Ich befinde mich in der glamourösen Bar jeder Vernunft in meinem Lieblingswohnzimmer in Berlin und spiele gerade mit Thomas Dörschel, der ein wunderbarer Pianist ist, hier mein Programm Glücklich. Mein Hamster macht wenig vom Laufradgebrauch. Das Laufrad ist rund, der Hamster ist's auch. Ich habe ihn mal nach den Gründen gefragt, aber er saß bloß rum und hat gar nichts gesagt. Ich setz ihn in die Waschmaschine hinein, hat er mehr Platz und drehen tut sich's auch von allein. Am Anfang, da heißt's noch, wie putz ich da rennt er, doch beim Schleudergang färbt sich das Fenster magenta. Was soll's, ich hab noch meine Lieder. Wir haben gedacht, was suchen die Leute momentan wirklich, wonach sehen sie sich und das ist eigentlich das Glück. Weil mit Verstand kommt man ja heute nicht viel weiter. Drum gibt's nur einen Mann, der dir fast immer helfen kann. Das ist der Weihnachtsmann auf der Reeperbahn. Wir haben teilweise klassische Gedichte, wir haben aber auch ganz modernes von Sebastian Krämer, der hier auch oft in der Baye der Vernunft zu Gast ist, und von Thomas Pigor. Also es ist eine bunte, bunte Mischung. Im Grunde ist es ein Konzert. Also diese Schmur von Urin, also das Flair von Berlin, dieses Konzentrat der Selbstsicherheit. Eine Wunderwaffe bei den Frauen, fragen Sie mal, Eva Braun. Hitler, das Odekolonien für den Mann, jetzt auch als Theodorant und Afterchef. Hitler, riechen Sie mal kräftig dran, das riecht ungeheuer imposant. Auf nach Schäfer und... Also ich sag mal eins, also ich werde jetzt im März 51, ich arbeite seit 35 Jahren in meinem Beruf und habe eine Feststellung gemacht. Man ist in meinem Beruf nie fertig. Also es ist immer ein Prozess und man glaubt manchmal, man findet für verschiedene Bereiche irgendeinen Trick oder entdeckt irgendeinen Zauber, eine Zauberformel, wie irgendwas funktioniert. Man muss immer wieder frisch rangehen und das ist eine Herausforderung, aber der stellen sich mein Pianist Thomas Dörschel und ich sehr, sehr gerne. Auch hier in der Baie der Vernunft. Jeden Abend aufs Neue. Komm, großer schwarzer Vogel, komm zu mir, spann deine weiten, sanften Flügel aus und leg sie auf meine Fieberaugen. Bitte hol mich weg von hier. Und dann fliegen wir auf, mitten in Himmel rein, in eine neue Zeit. In eine neue Welt. Und ich werde singen, ich werde lachen, ich werde, das gibt's nicht, schreien. Denn ich werde auf einmal kapieren, worum sich alles dreht. Ja, ihr Lieben, werdet glücklich, ich bin es und wünsche euch, dass ihr es auch seid. Also bis bald in der Baie der Vernunft.